Hey Leute, willkommen wieder auf meinem Channel, ich bin's AproFlows und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese geheime Visitenkarte haben könnt. Und zwar Nachricht umgeleitet und dieses Tutorial fasse ich ja ziemlich kurz, nämlich ihr müsst nur in die Area kommen, wo die Gasstation bzw. später sich das Labor befindet. Es ist direkt neben Tuff & Nav, am besten stellt ihr euch direkt neben Tuff & Nav, nehmt euch eine Sniper zur Hand und dort befindet sich ein Felsen zwischen den Bäumen und auf dem Felsen befindet sich ein Stock und den müsst ihr abschießen und es funktioniert am besten mit einer Sniper. Und diesen Stock kann nur ein Spieler pro Spiel abschießen, also ist mein Tipp an euch, einfach mal ein Solo-Spiel anzufangen, ein paar Türen aufzukaufen, eine Sniper zu kaufen, am besten die TF, die ist hinten beim Pool und dann einfach diesen Stock abzuschießen und dann die geheime Visitenkarte abzuräumen. Auf jeden Fall hoffe ich euch hat das Video geholfen und gefallen und es war es wieder von mir, euer ApoFlo, Peace out. Euer ApoFlo, Peace out. Euer ApoFlo, Peace out.